einen wunderschönen mittwoch meine lieben butterblümchen hier ist die schuseline mit einem liebes orakel ja wir wollen heute ein bisschen orakeln ich habe mich ein paar tage hier nicht sehen lassen es ging einfach nicht persönliche private gründe sozusagen die ich hier gar nicht so erläutern möchte es ging wirklich nicht ich hatte wirklich andere sachen im kopf dann manchmal spielt das leben so aber aber dafür habe ich heute umso mehr den antrieb und die motivation euch hier ein tippitoppi orakel zu zaubern ihr wisst ja nur weil ihr jetzt auf dieses video geklickt habt ist das nicht automatisch eine persönliche legung das heißt wenn du was nicht stimmig für dich findest wenn du dich nicht reinfühlen kannst wenn es dich nicht anspricht hack it up lasst einfach an den nächsten ziehen und alles wird gut vertraue mir wenn du eine legung bei mir buchen willst kannst du das gerne tun und in der beschreibung findest du meine telefonnummer meine homepage meine e mail adresse und allen zipp und zapp instagram facebook alles und da kannst du dich mal umschauen und wenn du Lust hast dann kannst du dich bei mir melden über e mail und homepage muss ich sagen müsste ein bisschen mehr zeit in kauf nehmen da dauert es manchmal ein paar tage bis ich mich melde weil es auch einfach zu viel ist an nachrichten was ich bekomme schneller geht es über whatsapp und wenn ich mich gar nicht melde dann kann schon mal sein dass eine nachricht untergegangen ist einfach noch mal anschreiben dann so und jetzt los orakelchen kriegen wir ein paar karten über die aktuelle liebes situation was ist denn dazu zeitlos wo geht es denn hin was ist wichtig heute einfach was ich zeigen möchte so einmal mische ich noch durch und dann fangen wir an auszunehmen und kugeln mal einfach wir gucken mal was so sache ist nicht mehr da auch noch mal einmal ganz gut durch so perfekt danke liebes orakelchen also dass da sage ich mal 15 wollte ich ohne ohne witz leute 15 ich habe mir vorher gesagt bitte 15 und ich habe es ja nicht gezählt ne wie passen ja dann kann das nur gut werden das kann ein gutes orakel werden hier geht es um verbet fest oh leute guck mal hier hausringhund da geht es um eine ganz heikle geschichte und dann neben dem hund noch das herz mir pocht das herz mir springt das herz klausel bus ohne scheiß jetzt also hier geht es ganz klar um eine ganz tiefe verbundenheit also diese das ist hier keine keine wie soll ich sagen so dass man einfach jemanden ganz toll findet und wissen möchte ja bitte kannst du eine chance geben oder so das ist hier schon eine andere geschichte der hund ist er spricht bei mir immer für eine verbundenheit über alles hinaus über eine entfernung also dass man den anderen auch irgendwie spüren kann ich habe das so weil ich habe zu meinem hund auch so eine verbundenheit wenn ich mit dem raus gehe ich brauche mit dem fast ich also ich ab und zu rede ich natürlich auch mit dem hund aber ich habe da so ich brauche die nur mit blicke oder also wir sind irgendwie verbunden telepathisch das habe ich immer schon gesagt und so ist das auch diese karte auch bezogen und wenn dann das herz daneben liegt dann ist das bei mir immer eine so eine ganz tiefe verbundenheit auf herz ebene das heißt hier sind die seelen fest miteinander verbunden also eure beiden seelen sind da und ich hau nicht wer mich kennt hier wer meine videos kennt leute der weiß ich hau nicht auf kacke also wenn ich das sage dann sehe ich das ist das auch so ich bin er noch jemand der da so ein bisschen vorsichtiger ist und nicht gleich das ganz große kino daraus macht aber hier in dem fall ist das wirklich die kombination deutlicher könnte es jetzt wirklich nicht sagen müssen wir dann auch jetzt mal hier die kirche im dorf lassen so das ist die eine seite die andere seite die haben wir hier liegen hier haben wir nämlich die mäusken im haus und wie du siehst hier ja die feiern hier erstmal party ne ja los geht's hier die apple rausgeholt und hier ne ein bisschen an 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 der liane hier die fast gesagt hier jedenfalls ist gut gehen lassen party machen dick und fett fressen sozusagen von den vorräten der anderen leute was einfach was kostet die welt so nach dem motto ne so das heißt da ist vielleicht jemand der sowieso innerlich schnell das gefühl hat euch verliert etwas ne immer so schnell dazu neigt ja die sich sich an gewohnte feste dinge die so einmal sich festgefahren haben was einmal so eine zeit lang läuft da auch von loszulassen ne selbst wenn es sich schlecht anfühlt also diese menschen hier die neigen dazu dass das was ich habe das materielle das erdverbundene das will ich mir halten mein kartenhaus quadratisch praktisch gut auch wenn ich mich nicht mehr drin wohl fühle ich bleib da ne hier mit den mäusen immer diese angst ne also dass die hier wenn ich nicht da bin party so es geht aber noch weiter wir sind noch lange nicht am ende der geschichte da glaub mir mal du meine liebe oh nein und dann haben wir natürlich am ende die kombination die erzähle ich euch gleich naja also dann haben wir hier noch ne tiefe die fische ist ja immer so eine tiefe tiefe liebe es kann aber auch schon tränen geflossen sein ne das heißt vielleicht hast du oder er auch schon die ein oder andere träne verdrückt ne in bezug auf eure ganze liebesgeschichte also was ganz klar ist worum es hier geht mit den ersten karten schon allein und dann hier auch noch mal ankerwege hier geht es um um den anker werfen ankommen an land und alle mann see leute ne alle an land die lassen sich's gut gehen dann die haben die wieder festen boden unter den füßen und wissen aber auch hey der anker ist geworfen das heißt das schiff das schippert jetzt nicht einfach mal so der mehr wieder auf das offene meer hinaus sondern der anker hält das schiff fest im hafen das heißt ich habe die ganze zeit die gewissheit das steht da kann ich immer darauf zurückgreifen darum geht es beim anker sich verankern sozusagen um das ganze möglich zu machen den anker hier auszuwerfen muss eine entscheidung getroffen werden wie es immer im leben so ist meistens ja also erst mal muss ich am tag ganz 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 viele kleine entscheidungen treffen und dann gibt es da so ein paar größere wo wir uns ein bisschen schwerer oft mit tun weil wir als erwachsener denkender mensch in die zukunft schauen und denken wenn ich jetzt die entscheidung treffe wenn ich jetzt die treppe hier hoch gehen dann passiert nachher das und das und das dann kommen nachher die und die und die und die umstände zusammen und was mache ich dann okay gehe ich die andere hoch dann kommt da 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 und so kommt man oft nicht über den punkt hinaus hier in der mitte dieser beiden wege hier zu stehen die türen beide vor augen aber durch keine wird durchgegangen ne ich brauche aber noch ein paar klärungskarten leute so geht das aber nicht ähm ja so dann ist es hier was was der klee hier angeht ne da bitte das kleine das ist das ist hier noch klein zu sehen das heißt diese verankerung auch das mit dem er mit der ersten karte hier was fest ne diese festigkeit auf festem fundament im grunde genommen ähnlich wie der anker ne das ist bitte erst kleine schritte also hier werden kleine schritte gemacht ne und ja aber auch in kürze übrigens klein und in kürze so ist der klee zu interpretieren jetzt hier ähm was weiterhin ist mit sicherheit wir haben hier den schlüssel ne der schlüssel ist safe der macht was sicher was fest was safe und da geht es um das den park sich sehen sich begegnen ne also da mit sicherheit ne aber unter einem kleinen aspekt zu sehen das heißt das ist da nicht der durchbruch den durchbruch den haben wir hier ein bisschen weiter hier im kartenbild das heißt das steht jetzt nicht ganz nah an ne aber ich lege grundsätzlich sowieso immer nur auf ein jahr ne weil alles was darüber hinaus geht wird dann immer schwammiger weil natürlich alles beweglich ist logischerweise weil immer eben andere entscheidungen getroffen man hat ja immer die wahl jeden tag wieder aufs neue ne und äh darum so musst du dir das vorstellen ne es ist auch in dieser form nicht berechenbar ähm so jetzt haben wir hier die sense und den sag das heißt hier kommt ein plötzlicher plötzlicher schub ist entwicklungsschub so sag ich das mal und zwar ist das folgendermaßen mit dem sag wir haben ja im leben immer wieder kleine erfahrungen die wir machen wo wir uns entwickeln das können ganz viele kleine dinge sein wenn wir zum beispiel erwachsen werden langsam unsere eigenen wege gehen dann sind das diese ganzen kleinen erst mal einkaufen gehen da 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 sag ich mal so diese kleinen erfahrungen die wir machen die uns immer wieder in dieses bildlich gesehen jetzt hier in den sag liegen legen wir uns dann hier in diese kiste rein und schwubbel die wupp ähm äh haben wir anschließend uns auf eine neue ebene sozusagen bewegen wir uns der erfahrung ne unsere wesen verändert sich unsere persönlichkeit dadurch in kleinen schritten und es gibt diese ganz großen kracher das heißt ähm katastrophe meistens geht es mit einer katastrophe einher in irgendeiner art und weise und dann kommt sozusagen das große update das heißt diese entwicklung die der sagt er das repräsentiert diesen wachstum dieses entwickeln dieses transformieren dadurch halt durch die entwicklung auch verändern ne wir uns selber diese geschichte ist passiert dann etwas ja wie soll ich sagen hier mit der sende plötzlicher schneller durch eine katastrophe kommt ein entwicklungsschub ne das heißt katastrophe in dem sinne dass hier prescht was rein was dann aber auch dazu in die entscheidung ne dann steht die entscheidung dass diese entwicklung die er da macht die hat auch mit entscheidung treffen zu tun ne was ich übrigens auch glaube dass er im moment vielleicht so ein bisschen kühler ähm zu sein scheint hier sich so ein bisschen hier mit dem eisbär das ganze vielleicht auch auf eis gelegt hat vielleicht aber auch äh im moment so den starken macht so schwer an ihn ranzukommen ne eher so ne unnahbar so ein bisschen so ein stück weit auch kann natürlich auch sein ups und am ende hier haben wir den tour der das ganze bild dann rund macht das heißt ähm ähm um vielleicht auch die ein oder andere entscheidung zu treffen hier die hier mit dem weg äh gezeigt ist muss vielleicht ein rückzug oder dieses ne dass das du im moment dieses gefühl hast ich komm da nicht so ran oder was whatever ne ist das manchmal wichtig und es gehört dazu zu diesen transformationsprozess der meiner meinung nach hier dann mit einem Schub hier reinkommt ne in das Gartenbild hier ähm ich trinke nur ein Schlücksgel so und was wir jetzt machen wir ziehen jetzt ein paar Klärungskarten ähm zum einen auf die Mäuse hier und das Herz hier diese Konstellation hier äh da fangen wir mal mit an Orakelchen kriegen wir ein paar uh ein paar Karten hier was ist denn da los die Situation mit den Mäusen was ist genau da los worum geht es genau was sind da diese Verlustängste was ähm also meiner meinung nach ist hier mit dem Bären und der Maus hier ne materielle Ebene da alles was ich vorhin gesagt habe alles was hier auf der die irdischen Werte ne so will ich es mal ausdrücken ah ja da geht es um siehst du kann ich dir jetzt sofort erzählen meine Jute oh und dann aber mit den Sternen aber so pass auf wir haben hier den Anker die Störche und den Reiter also es geht ihr habt ja selber gehört was ich gefragt habe ne was worum geht es hier mit den Mäusen ne neben dem Herz und hier geht es eigentlich um die Situation die ich hier vorhin angesprochen habe also das ist eigentlich so ein Pfeil in Richtung hier da dieses ne dieser Bereich hier also er drückt sich da ganz klar um eine Entscheidung er hat da Angst was zu verlieren er möchte diese Entscheidung eigentlich aus dem Herzen aus Liebe treffen ne da mit dem Hund aus aus einer richtigen ehrlichen seelischen Verbindung Liebe auf Seelenebene Seelenliebe das habe ich immer gerade so jetzt ausgedacht aber ne du weißt schon was ich meine und guck mal das ist so dafür muss den Anker sich Anker werfen er will wissen wo er hingehört ne das heißt der Wandel hier die Störche die kommen ja auch immer in ihr altes Nest zurück ne wollte ich nur mal sagen die Störche mit den Störchen wird es auch klarer der Wandel es ist eine positive Veränderung ein Neubeginn hier die Störche brüten hier schließlich ne also die brüten jetzt hier guck mal die sind schon ganz aufgeregt hier Vater ist schon unterwegs das Nest hier vorbereiten das Wohnzimmer schön zu machen hier und dann geht die Post ab ne und hier kommt der Reiter das heißt das kommt mit Geschwindigkeit ne da kommt schon eine Energie rein dieser Wandel der kommt jetzt und da kommt seine Angst im Spiel ne vor diesem Verankern ähm so am Ende haben wir hier noch äh die Sterne das heißt es steht aber trotzdem unter einem positiven Stern unter äh also unter einem positiven äh das Universum meint es eigentlich gut mit euch und da haben wir ganz klar hier die ersten vier Karten die wirklich der Kracher sind ne ich musste grad mal so jetzt machen wir nochmal was ganz anderes übrigens eine Sache noch ganz wichtig meine Liebe oder mein Lieber wenn dir das Video gefallen hat lass mir doch so ein Däumchen da oben da es wäre wirklich wirklich schön ich würde mich sehr freuen und äh ja und weißt du was wo ich dir auch dankbar für wäre wenn du mir einfach so einen Kommentar schreibst ne schreibst du einfach ne tippitoppi oder so oder auch nicht je nachdem ne und ähm ja weißt du was und dann ähm dann komm ich auch in den Algorithmus ein bisschen ähm verschwinde ich hier bei YouTube nicht auf in der Versenkung und bin weiter auch motiviert Videos zu machen so funktioniert das nun mal hier bei YouTube ne das ist eine Plattform die so funktioniert und dann muss man sich den Gegebenheiten anpassen ne so läuft es also ne das ist ja eine ganz klare Geschichte so und jetzt habe ich noch was Jutes für euch erstens holt euch einen Zettel und einen Stift ihr könnt euch jetzt eine Frage aufschreiben ich ziehe mir hier ich ziehe euch hier eine Karte und ähm aus den Engeln der Liebe hier ne von Doreen Doreen Virtue ich glaube das sind die oder Antworten der Engel oder irgendwie so auf jeden Fall ähm findet ihr auch alle Karten unten in der Beschreibung ziehe ich euch die Antwort hier beeilt euch ich warte kurz holt euch schnell einen Zettel und einen Stift schreibt ihr die Frage auf und dann nee wir machen am Ende des Videos die Antwort so machen wir das Leute am Ende so im Gelände so und jetzt jetzt geht es hier nochmal einmal kurz weiter denn ich möchte hier nochmal einmal eine Karte von The Map ziehen dann möchte ich hier noch eine von ziehen und da noch eine hier noch eine und die und die auch noch nein Spaß so wir fangen an mit The Map genau The Map kriegen wir eine Karte oh Dankeschön Dankeschön oh ich sehe schon Einsamkeit er muss wirklich aufpassen wenn er das jetzt nicht annimmt da ne er kriegt hier wirklich eine Chance nochmal da echt zu lernen zu verstehen eine Entscheidung auch nochmal zu treffen und dann bitte nicht auf materieller Ebene komplett auf der Verstandesebene komplett das ist wichtig ne das ist hier der Tour die Einsamkeit also im Moment hat er sich in sich selbst auch so ein bisschen zurückgezogen ne also ich glaube da kommen auch nicht viele im Moment an ihm ran es ist ich weiß nicht was da in ihm er muss das glaube ich auch so ein bisschen mit sich selbst erst klarkriegen was er da möchte und vielleicht hat ihn das ganze Ding auch so ein bisschen überrannt und so ein bisschen ja das war wahrscheinlich nicht geplant ne dass da die Gefühle so oder diese Verbundenheit so ähm hochkommt ne sowas plant man ja nun mal nicht so ups kriegen wir hier auch eine Karte das sind aber viele nein nein das die sind das sind ja hier zehn Stück dann wollen wir nur eine, zwei oder drei die würde ich gerne nehmen oh sind aber auch nicht sehr gesprich die sind sehr glatt die sind schwer zu mischen oh hier haben wir eine und noch eine und die sind auch gut raus gesprungen so muss das nämlich sein wenn man nur eine Klärungskarte will meine ich dann finde ich das so besser so oh oh ich schnall ab liebe liebe wenn das nicht wenn das nicht wenn das nicht eine klare Botschaft ist meine Jute ne aber jetzt aber mal hier so und was haben wir hier noch Gebäude das Gebäude ist ähnlich wie das Haus zu sehen ne also hier die Liebe guck dir das mal an ehrlich also jetzt da kann ich ich kann nichts anderes sagen ich kann nichts schlecht reden was hier positiv liegt ne und ich bin schon jemand der wirklich sehr sehr also wenn es schlecht ist manches mal muss ich mir auch anderen oh das muss ich jetzt erstmal verdauen oder so aber ich sage immer Mensch Leute glaubt mir die Wahrheit ist besser als die Wahrheit macht frei so ne das ist so ja auf jeden Fall das Gebäude da geht es eben nicht um das Haus die Liebe die ist hier auf einem festen Gebäude guck mal uralt uh da kriege ich schon eine Gänsehaut uralt aber es steht noch verstehst du was ich meine und da erklären sich diese ersten vier Karten hier uralte Liebe aber sie ist steht es steht ne das Liebesgebäude boah also jetzt sage ich euch mal hier was unter uns also ich habe lange nicht so positiv jetzt hier also wirklich so krass und so klar so ein Kartenbild also muss ich sagen also das ist jetzt echt ähm schon heftig und bei der Gelegenheit da muss ich doch noch dranbleiben was nehmen wir denn nochmal komm wir nehmen nochmal eine hier die Schattenthemen die Schattenthemen muss ja auch sein ne denn hier ist trotzdem bei diesem festen Gebäude da kannst du dir echt sicher sein da ist echt eine unendliche Liebe oder so ne so dann ist es bedingungslos unendliche Liebe ne die ist bedingungslos und da gucken wir mal was eure bedingungslose Liebe hier wahnsinn hier haben wir uuuuuh die fleischfressende pflanzenfee gut sind die nicht süß sag doch mal ehrlich ein verlockendes Angebot wird teuer guck mal die hier Verführerin hier wie die hier reinschaut ne ne also das soll so sein sei vorsichtig Verwarnung Verwarnung ja ein sehr verlockendes Angebot ne denn das ist sie ja wie sie hier ne könnte einen hohen Preis mit sich ziehen ne also ist das vielleicht auch irgend so eine Lernaufgabe vielleicht muss er auch irgendeinem verlockenden Angebot da ähm wieder widerstehen und dann haben wir die Trockenblumenfee und das sind süße Erinnerungen guck mal und die bleiben immer ne wie süß die guckt hier das sind auch daran zu denken äh mal was ihr vielleicht mal hattet süße Erinnerungen ich meine eure Liebe scheint ja wirklich hier wie dieses Gebäude hier ich weiß nicht wie alt ist aber ururalt ne also das das ist ja die Geschichte und die Erinnerung dass man auch an den oder eher an den positiven Erinnerungen festhalten sollte ne das das Positive darin auch sehen und guck mal wie unschuldig ne auch ich finde die Karten so süß so meine lieben weißt du was wir jetzt machen jetzt machen wir folgendes schrabum schrabum ich ziehe euch jetzt hier eine Karte ihr könnt jetzt die Frage die Frange die Frange die Frange die ihr stellen konntet die könnte jetzt so passt mal auf es geht los Horagenchen eine Antwort bitte vielleicht habt ihr ja der ein oder andere da echt eine Resonanz meine hau habt ihr das lass los hier oh da geht es auch um äh loslassen hier sehe ich die Mäuse die sind mir gerade direkt ins Auge gestochen lass los ist die Antwort ich bin mal gespannt ne und ihr wisst dabei muss ich ganz klar sagen nur weil du auf dieses Video geklickt hast oder die Frage mitgeschrieben hast es kann nicht für 6000 Menschen da draußen die Antwort sein das müsst ihr wissen spür in dich rein ob es deins ist ne das geht nicht an jeden aber für den einen oder anderen ist es vielleicht und dann wenn dir das deine innere Stimme ne das Ding ist wenn dir deine innere Stimme das auch sagt dann musst du natürlich genauer hingucken ne darum geht es ja immer Hasilein deine eigene Intuition ist das aller wichtigste die sollte über nix gehen auch nicht über das Orakelchen hier bei YouTube ne das ist das A und O ist dein Weg du hast den in dir ne so und jetzt knallpuff bang ich bin weg ich hoffe wir sehen uns morgen wieder wenn du kein Video mehr verpassen willst dann abonniere doch den Kanal du könntest nur die Glocke anmachen das habe ich noch nie zuvor gesagt glaube ich ihr könnt auch so ein Glöckchen aktivieren und dann werdet ihr immer erinnert wenn ich ein Video raus bringe das ist da oben irgendeine Glocke da müsst ihr auch mal gucken ne so und jetzt ist die Schuseline weg ich wünsche euch noch einen richtig schönen Nachmittag Leute ich weiß nicht wann ich dazu komme das Video jetzt zu veröffentlichen vielleicht auch schon Abend möglich ist das ne ich wünsche euch was macht es gut ich bin weg tschüss 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 tschüss